ja hallo leute es hat sich ein bisschen was getan in meinem zimmer ich habe ein neues bett dann warte das hier ist auch neu am donnerstag bekomme ich noch so sitz alter wie heißen die denn noch mal sitzkissen ja so ein zwei stück wäre das in der steckdose könnte ich euch wenn ich die schönklinik finde hier zeigen geht an geht an ja wie gesagt ich muss mal hier gucken Verstecktausse Jetzt hier eine Belenke rum Erstmal den Stuhl hier drehen machen Wenn ich Glück habe, geht es, weil die Gabel sehr lang ist So, es geht locker Dann zeige ich es euch jetzt mal Ja klar Aus Egal Also Wenn ich es dann mache Ist es so Blau Ich kann es in verschiedene Farben einstellen Hier 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 Und ich kann es auch heller machen Aber ich mache es immer heller Und abends immer so Ich mag einfach die Farbe Ist einfach chillisch Ich Ich muss halt ein bisschen aufpassen Falsch Äh Wisst ihr Ich glaube es ja nicht Ladekabel kommt hier drauf Ladekabel kommt hier drauf Ladekabel kommt hier drauf Das Das geht aber ganz, 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 ganz früh Das mache ich mit dem Papa so um Elf oder zehn Uhr morgens Ja Das In die Seite Weil Dann da die Sitzkissen kommen Am Donnerstag Also nächsten Ja Hier ist jetzt mein Fernseher Also die kleine Ich habe aber einen großen Aber er geht Manche Sender nicht den Ton Und Ich finde es halt Scheiße Ne Also Ich wollte es nochmal euch Gezeigt haben Bis in die Tage Peace